Es ist vielleicht Benedikt Kohl. Für mich war es eine positive Sache, dass ich gewusst habe, dass es Benni, aber er ist in Wolfsburg gekommen. Natürlich habe ich ihn nicht gesehen. Ich habe gewusst, er ist der Nationalmannschaftsspieler. Aber die erste Halbsaison für mich ist es vielleicht eine sehr positive, nicht eine Überraschung, aber sehr positive Sache, was er bis jetzt zu uns gebracht hat. Wir erwarten viel von ihm und wir sind sicher, dass er noch besser spielen kann.